Die Linien dürfen nicht brechen. Nicht, Herr Statt. Der Tod ist nur der Anfang. Ihr werdet alle sterben. Um alles kaputt zu machen. Was wünscht ich? Ich habe euer Sub-Befehl. Unverzüglich. Ihr werdet alle sterben. So, jetzt können wir das Hexenmeister-Upgrade mal machen. Da sind die Verluste schon ein bisschen. Also, die Heavy-Ox müssen wir ersetzen. Die Nekromanden zum Glück nicht. Und wir müssen auch noch vier Hexenmeister-Viefehl-Von-Dänen ersetzen. Ja, gut. Wir sind der Tod. Gut, das haben wir irgendwie jetzt hingekriegt. Hm. So, wie gesagt, jetzt erst mal... Einen hiervon noch. Weil... Ja. So, und dann brauchen wir Hexenmeister. Fragt mich gerade, hatten die irgendwas Nettes dabei für schwere Kriegskunst? Leichte Kriegskunst, leichte Kriegskunst. Finsteralmacht. Die kann ich beim nächsten Level-Up dann auf jeden Fall benutzen. Der ist etwas schneller als der Myrmidon. Macht... ...ungefähr gleich einen Schaden. Macht aber Schwäche. Was... ...gar nicht mal so schlecht ist. Nor ist mit uns. So, ich hoffe jetzt einfach mal, dass dadurch, dass wir das Lagegeld zerstört haben, wir ein bisschen... ...halte durch Männer. ... schlagt sie zurück. Alles klar. ... verstärkt die Deckung. Verstanden. Die Rune bis um Befehlen. Oh, voll, komm. Was wünscht die Rune? Schließt die Rheien. Halte durch Männer. Es kommen auf jeden Fall noch Gegner von da oben. Also sollten wir bald weiter vorbrechen. Wer wird dann ein paar Hexenmeister haben. Zu beweg. Unverzüglich. Feindlicher Angriff. Feindlicher Angriff. Was machst du da ganz da rein? Unverzüglich. Schlag sie zurück. Schließt die Rheien. Halt doch still. Au. Also ja, es kommen immer noch mehr als genug Gegner. Ja, das andere Problem ist Hexer... Hexenmeister kann ich nicht schnell viele ausbilden. Ja, ihr habt mich beschworen. Schnell! Schnell! Euer Blut wird in Boden drängen. Tod und Verzweiflung treiben euch. Der Tod ist nur der Anfang. Nicht der Tod. Sofort! So, dann mal gucken. Da kommt ein nächster Angriff von da oben. Auf mein Zeichel! Und los! Wer ist gerade gar nicht, ist hier auch ein Lager drin? Verschleucht mir! gewesen. Okay, von da oben kommt auf jeden Fall was. Verstärkt die Deckung! Schließt die Rheien! Was ist mit dem bitte? Das Kitzelt! Das ist nur vorn kommt weg! Ne, hier ist nur ein Lavasee. Ja, vorwärts! Was wünscht du dir? Wow, okay, das ist nicht gut, wenn alle mit ihren Steinen auf die Priesterin schießen. Das wäre ich jedenfalls nicht so gut. So, das da rein, das da rein. Alle folgten Dunkel-Elf-Titan. Oh, zweites Helden-Monument da oben, das ist gut. Oh, das ist gut. Ich hab's zwar jetzt gerade nicht, dass die da oben laufen, aber ist auch nicht so schlimm. Und ich hab aus Versehen eine Nekromanten statt einem Hexenmeister ausgebildet. Ach, du meine Güte. Okay, es sind nur sechs, ich dachte gerade, was läuft da denn für eine Barmäh? So, okay. Auf meinen Befehl. Versuchen wir dieses Mal den Angriff auf offenem Feld zu führen, wo unsere Armee ein bisschen den Vorteil hat. Und los! Folgt mir! Sofort! Schnell! Für die Rune! Blut wird in den Boden brengen! Zeit zu sterben! Zeit zu sterben! Eure Gegenwehr ist vergebens! Tod und Verzweiflung treiben euch! Ja, sie hat mich beschworen! Ein feiger Angriff! Hey, der Blut! wird uns reichen! Gut, wie gesagt, hier jeweils einen Punkt rein und die restlichen drei erst mein Charisma. Dann können wir jetzt auf jeden Fall die Axt benutzen. Gut, damit ist auch das Lager weg. Dritte, vierte, fünfte haben wir jetzt vernichtet. Auf mein Kommando! Vorwärts! So, das Heldenmonument brauchen wir ja erstmal gerade nicht. Hier unten sieht auch alles okay aus. Hab schon wieder drei hier verloren. Geilige Maria! Geilige Maria! Neue Blut wird in den Boden brengen! Euer Blut wird in den Boden brengen! Naur ist mit uns! Oh, das ist jetzt weniger schön. Die Linien dürfen nicht brechen Ein feiger Angriff Die Linien dürfen nicht brechen Der Tod ist nur der Anfang Für die Ehre Eure Gegenwehr ist vergebens Für die Ehre Also ja wie gesagt Wenn sie fallen ist jetzt nicht so das Problem Ein feiger Angriff Die Linien dürfen nicht brechen Um hierhin um da hin Eure Gegenwehr ist vergebens Dass wir an der Stelle aber gerade so überrannt werden Das finde ich gar nicht schön Eure Gegenwehr ist vergebens Der Tod ist nur der Anfang Eure Gegenwehr ist vergebens Tod und Verzweiflung treiben euch Lasst uns kämpfen Das kämpft uns kämpfen Eure Gegenwehr ist vergebens Was Ein feiger Angriff Das kitzelt Komm zu um Auf mein Zeichen Wen soll ich tippen Um alles kaputt machen Um alles zerstampfen So um hat seine Pflicht getan Ruf wen wieder Der braucht dann eine Weile bis er da ist Sie sind überall Was wünscht die Rune Auf dem Weg Schließt die Reihen Unverzüglich Zu Befehl Unverzüglich Irgendwer ist noch gefallen Nein Schlag sie zurück Schlag sie zurück